Ich sag mal, du bist... Ha ha ha! Hahahaha! 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 Warum sagt man Fasching, ist der Tag, wo man fremd geht? Einige Chance. Hahahaha! Hahaha! Hahaha! Aber guck mal, der sieht aus wie der Käpt'n Kreckstuck. Warum? Ja genau! Geh dich nichts an! Genau! Also, ich weiß nicht, was den hier Problem ist. Willkommen Leute, wir gehen mal zu denen. Bleib doch mal ganz locker. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin YouTuber. Ja, ich weiß. Kennst du mich? Warum sagt man, dass Fasching... Wir haben uns, also du standst hinter mir im Kiosk am Bahnhof. Und das kann sein, wo? Und da hab ich dich schon direkt erkannt. Und zwei Mädchen, die einmal bei dir im Video waren, die sind ja auch mit uns heute hier. Okay. Dadurch kenn ich dich auch. Warum sagt man, dass Fasching der Tag ist, wo man fremd geht? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee. Weißt du nicht? Bist du vergeben? Nee. Nee? Warst du mal verliebt? Ja, normal. Warum? Wie, warum? Ich frag dich doch. Mach mal mit. Spaghetti-Polognese. Jawohl, Spaghetti-Polognese. Die 38. Ohne Zwiebel. Bist du das gerne? Für 12,80. Ein Traum. So was von lecker. Ich dachte euch, da könnte ich Rinde rumschmelzen. Wie viele Frauen hast du heute dabei? Wie viele Frauen? Vorher waren es acht und jetzt sind es glaube ich noch zwei. Die alle haben gedacht, das halte ich nicht aus heute. So schwach. Ja, so schwach sind die Frauen mittlerweile. Geide Leute. Ja, du bist doch. Du bist so geil, du. Wie heißt'n du? Ich heiße Rote-Bahn. Wie? Rote-Bahn. Rote-Bahn. Rote-Bahn, ja. Warum sagt man, dass Fasching der Tag ist, wo man fremd geht? Rote-Bahn. Ich bin der Baka-Man. Ich bin der Baka-Man. Ich bin der Baka-Man. Ich bin der Baka-Man. Hey! Wie geht's euch heute Abend? Wir ver... Wir filmen heute verschiedene Gesichter. Ja, mach mal auf meinen Crock. Hier, ich hab mal ne Frage an euch. Okay, die haben mich ignoriert, voll ne Crock. Warte mal. Warte mal. Warte mal. warte mal hier sei mal ehrlich bist du schon mal fremd gegangen nein du hübsche warum sagt man das fasching der tag ist wo man fremd gehen darf fast nach fast 8 aber warum sagt man das darf man nicht was darf man gehen auf gar keinen fall zu vergeben was machen was du will klar machen was ich will lassen leute am start einige am samstag was besser platzender sagen wir nicht 23 keine mehr wenige wie heißt du warte mal ich habe hier playboys am start level bist du pumping monkey war so sagen guck mal ich stelle heute die frage warum fasching der tag wo man fremd geht für mich nicht überhaupt nicht wenn du keine freundin hast kann es fremd gehen ich war zwei jahre beziehung aber ich bin nicht fremd gegangen aber nach diesem schluss ich bin fremd gegangen wie viele chayas hat sie schon jetzt an fasching oder fast dann keine dann bist du schlecht nein und ich glaube wir sind zu langweilig für dein video genau das wollen wir verhindern erzählt mal wie macht sich so das feiern ella 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 die ignorieren mich deswegen gehen wir jetzt weiter ciao du hast acht frauen ja acht nee ich hatte acht mit denen ich gekommen jetzt habe ich noch drei da ist ja völlig wenn ich gehe ich sehe ja das mache ich nicht das tue ich mir nicht an ja haben die gesagt nur wegen der brille kann ich sie mit dem nicht nehmen das tue ich nicht das kann ich doch nicht tun das geht doch nicht so meine damen und herren wir sind jetzt weiter bisschen in die burg darmstadt wo sind wir hier in die burg du bist heute schneeflitschen ja du bist aber süß und hübsch youtube ist der aladdin der scheich von abu dhabi der scheich von darmstadt oder nein von abu dhabi abu dhabi abu dhabi ja du kannst du mit deinem geld mithalten ja locker locker die lasten auf dem konto haze 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 komm mal her die ist jetzt beleidigt sag doch mal warum sagt man fasching ist der tag wo man fremd geht nee nein dafür brauchen wir kein fasching zum fremdgehen da brauchen wir kein fasching das kannst du unter der woche machen aber hallo ich bin mit meiner frau 14 jahre zusammen da muss man nicht fremdgehen und nicht mal verheiratet nicht mal verheiratet nein wo ist der antrag wo ist der ring wenn du so viel geld hast kommt noch kommt doch ganz besondere überraschung mit was happy end stehst du drauf so dann habe ich einmal auf meiner rechten seite die die frau die hippie frau woher kommt die frau aus die bursch aus die bursch wie heißt du noch mal die hippie frau was heute vor einfach nur ein bisschen zu schillen zu schillen 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 ach du meinst schillen schillen was hast du schon heute alles gemacht wie habe ich gerade hier geschaut werde ich bin glücklich was ist zu haargeten ich gebe mal Glücklich Ich bin Kind Ich sag mal Becks, 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 hast du keinen Sex, hast du wenigstens Sex, Becks, nee, nee, Moment, nee, also, äh, bruh. Grüß dich Bettina. Han, Hanuda. Hanuda. Heißt du Hanuda? Hanuda, ja. Warum sagt man Fasching ist der Tag, wo man fremd geht? Einzige Chance. Siehst du das auch so? Ja, aber hallo, klar. Ja, seid ihr schon mal fremdgegangen? Ja, klar. Sicher. Ja. Männlein wie Weiblein. Ja, bist du ne fremdgegangen? Jede Fasching. Guck mal, er lädt dich ein. Wohin? Stehst du auf Jüngere? Ich nehme alles mit. Grüßt euch, die Damen. Ah, seid ihr jetzt an der anderen Ecke? Natürlich, wir gehen überall vorbei. Ich gehe dir mal überall. Interview willst du haben, oder was? Natürlich. Salam Aleikum. Ja, Salam Aleikum. Ihr kommt allein mit dem Kühlschrank, warte mal kurz. Wie heißt du? Geh dich nix an. Geh mich nix an, ist auch ein wunderschöner Name. Und du? Weiß nix. Weiß nix. Weiß nix. Guck mal, wir stellen heute die Frage, warum ist Fasching der Tag, wo man fremd geht? Ist das so? Also, die Frauen da hinten, die gehen gut fremd. Stimmt doch gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist keine fremd. Warum sagt man, Fasching ist der Tag, wo man fremd geht? Die einzige Chance. Die Bettina geht richtig fremd. Welche Bettina? Du. Ich heiße auch Hanuta. Hörst du mir eigentlich? Hanuta. Die Hanuta hat gesagt, an Fasching gehe ich gerne fremd. Weißt du noch, wie sie heißt? Kannst du mir das noch sagen? Kätzchen. Nein, weiß nix, habe ich dir gesagt. Ach, weiß nix. Und wie heiß ich? Geh dich nix an. Genau. Willst du mit ihm mitgehen? Nein. Wer bist du? Ich bin der Olaf. Wo kommst du her? Du bist kein Olaf. Schöne Frau mit den pinken Haaren. Er hat heute acht Frauen. Du bist nicht der Olaf. Ich kenn den Olaf. Ich kenn den Olaf. Wer bin ich denn? Ich muss jetzt. Ich glaub, ich hab die... Oh wei, oh wei. Letzter Spruch. Du bist ja vorbereitet mit dem Kostüm. Okay. Für morgen. Weil wir laufen ja morgen mal Umzug mit. Lauf ich auch mit. Ich lausche meine Nummern aus. Ich muss dabei sein. Jetzt mal ernsthaft. Ich denke, der muss so ein bisschen mehr sich vorbereiten. Mach ich. Ja, okay. Ich verkleide mich als Hippie-Mann. Okay, eine Frage noch. Dann muss ich rein. Ich werde erwartet. Was willst du? Ich werde erwartet. Eine Frage noch. Okay. Warum sagt man, Fasching ist der Tag, wo man fremd geht? Das ist eine Ansichtssache. Denn die einen gehen fremd, die anderen nicht. Hast du schon mal fremdgegangen? Hallo, wir haben Fasnacht. Da gibt's nur Butze. Da wird nicht fremdgegangen. Da gibt's für Würstchen, sagst du. Was ist denn das? Mercedes, komm mal her. Was ist denn... Wie heißt das? Butze. Weiß ich auch nicht. Schmatzal. Butze. Ach so. Was ist denn das? Ein Schmatzal. Willst du mir einen geben? Nein. Warum? Bin ich so hässlich? Ei, Gude. Ei, Gude. Wir sind heute unterwegs, machen ein paar Reportagen. Ja, ja. Schön für euch. Warum sagt man, dass Fasching der Tag ist, wo man fremd geht? Kann ich dir nicht sagen, weil ich bin noch nie fremdgegangen in meinem Leben. Noch nie? Noch nie, nee. Hast du Fahrrad? Genau, ja. Aber kannst du das Video meiner Frau schicken, bitte? Meiner Frau schicken? Ja, ja. Wie heißt denn die? Ja, ja. Die halt, ne? Ha! Ich schick's dir. Schick's dir, schick's dir. Okay. Ein Ehrenmann haben wir hier. Komm mal her. Jetzt müssen wir machen. Hier, Männer, stellt euch mal vor. Hi, ich bin der Bernd aus Diburg. Ella! Ella? Ella. Bei uns, sag mal hell auf. Du bist hier in Diburg, mein Lieber. Da sagt man Ella. Okay. Bernd. Ja? Warum sagt man, dass Fasching der Tag ist, wo man fremd geht? Bist du schon mal fremdgegangen? Nee, noch nie. Seid ihr mal selbst ehrlich? Ja, noch nie. Guck mal in die Kamera. Ja, nee, noch nie. Aber guck mal, der sieht aus wie der Käpt'n Crack-Sperro. Ja, genau. Gefällt der dir? Guck ihn doch mal einen mal an, komm. Werf doch mal einen Blick. Gefällt sie dir auch? Ja, klar. Bist du mal fremdgegangen? Weh. Nee, glaubst du sie? Nee. Und deine Freundin? Nein. Nein? Stimmt das? Ja. Du hast aber vorhin ja gesagt. Nee. Bist du Single? Nein. Wenn du Single wärst, welche von denen würdest du mitnehmen? Die alle. Hase. Hase. Hase, Aladin, dein Mann. Der sagt, man braucht keine Fasching, um fremd zu gehen. Das geht auch unter der Woche. Naja, geht bei mir auch. Geht bei Ihnen auch? Naja, klar. Auf gehst du fremd? Einmal, zweimal, dreimal? Ach, dauert. Dauert. Ah, ja, klar. Ja. Ja, waff, wir sind ja nicht verheiratet, waff. Schöne Männer aus Bad Vilbel, so wie ich. Nein, nein. Nein, nein. Der Fäller hab ich einmal gemacht. Du streitest ab? Kein Problem. Wir vertrauen uns blind. Du schaust dazu, oder was? Ich muss da nicht zuschauen. Ich bin der Hauptdarsteller. Ah, du machst mit? Ja. Du organisierst das. Ja. Cowboy, komm mal her. Komm mal kurz her. Cowboy-Girl. Cowboy-Girl. Guck mal, da wird sie jetzt eifertig stecken. Ja, genau. So, jetzt. Ja, aber check sie doch mal ab, die Cowboy-Girl hier. I've been really trying, baby. Ja, aber check sie doch mal ab. Ja, aber check sie doch mal ab. Ja. 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 Ja, ja. 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 Bis zum nächsten Mal.